Auf der Position Nummer 8 mit einem weiteren Raketenset der Firma Funke, und zwar diesmal benannt mit Delta 1200 Rockets. Wieso spricht man sowas eigentlich? Delta 1200 Rockets, Delta 1200 Rockets, Delta 1200 Rockets. Fendi, du musst gleich mal gucken. Nicht, dass das die Reale werden können. Wunderschön, wieder bloß. Ja, das ist so. Also, das ist so. Weitere Mal aus. Wir haben noch, genau, ein paar Jahre. So, das waren die, ist es richtig, es gibt kein Bier mehr? Wer fährt mal?